Die Apple Watch ist die wohl beliebteste Smartwatch der Welt und deshalb zeige ich dir in diesem Video 22 versteckte Tipps und Tricks und Funktionen, die bisher nur wenige Menschen kennen. Und mein letzter Tipp hat es wirklich in sich, also schau dir unbedingt das Video bis zum Ende an. Starten wir direkt mit dem ersten Apple Watch Trick. Wenn du in die Nachrichten App gehst, dann kannst du auf eine Nachricht gedrückt halten, um diese zum Beispiel mit einem Daumen zu bestätigen. Dadurch kannst du dann schnell auf eine Nachricht reagieren, ohne dass du lange eine Nachricht tippen musst. Passiert es dir beim Nachrichtenschreiben auf der Apple Watch auch immer wieder, dass du dich vertippst, dann solltest du stattdessen am iPhone Bluetooth aktivieren und danach erscheint auf deinem iPhone direkt die Meldung Apple Watch Tastatur Texteingabe. Alles was du nun beim iPhone eintippst, wird automatisch auf deine Apple Watch übernommen. Mit dem Klick auf Senden wird deine Nachricht dann abgeschickt. Wenn das bei dir nicht funktioniert, dann musst du in den Einstellungen unter Allgemein den Punkt Airplay und Handoff anklicken. Hier sollte Handoff aktiviert sein. Jeder kennt es, man wird zu einem unpassenden Zeitpunkt angerufen und um den Anruf stumm zu schalten, kannst du einfach die Apple Watch mit deiner Hand abdecken. Das Klingeln hört dadurch auf. Indem du auf die drei Punkte klickst, kannst du zusätzlich auf den Punkt mit iPhone Antworten klicken. Dadurch wird der Anruf an dein iPhone weitergeleitet. Hast du bewusst, dass du so aus der Rasterdarstellung deiner App-Übersicht herauszoomen kannst und außerdem kannst du auch in die Apps reinzoomen, wodurch sich die App dann öffnet, ohne dass du diese extra anklicken musst. Bei der Apple Watch Ultra gibt es eine Aktionstaste. Diese kannst du mit einem Kurzbefehl belegen. Dafür öffnen wir die Kurzbefehle-App am iPhone und klicken oben links auf Zurück. Hier tippst du Apple Watch an. Anschließend drücken wir auf das Plus oben rechts. Wir tippen App öffnen an. Du kannst dann App anklicken und dir danach deine Wunsch-App auswählen. Zum Beispiel entscheiden wir uns für die Rechner-App. Danach klicken wir hier oben und tippen Umbenennen an. Dort geben wir den Text Rechner ein. Mit Fertig und Rechts einmal bestätigen. Um dies abzuschließen, nochmal auf Fertig tippen. Wir verlassen die Kurzbefehle-App und öffnen die Watch-App am iPhone. Nun klicken wir Aktionstaste an. Du musst einmal auf Aktion drücken und dann wählen wir Kurzbefehl aus. An deiner Apple Watch gehst du jetzt zurück in die Aktionstaste Einstellungen und tippst Kurzbefehl an. Es muss der Rechner-Kurzbefehl aktiviert sein. Um die Aktionstaste zu testen, gehen wir zurück in den Homescreen deiner Apple Watch und drücken einmal die Aktionstaste. Es wird dann direkt die Rechner-App geöffnet. Weiter geht es mit dem fünften Apple Watch-Trick. Deine Apple Watch verfügt über den sogenannten Nachtmodus, um deine Augen zu schonen. Diesen kannst du aktivieren, indem du die digitale Krone im Uhrzeigersinn drehst. Die Anzeige deiner Apple Watch wird dadurch rot gefärbt. Um den Nachtmodus zu deaktivieren, musst du die digitale Krone nur in entgegengesetzter Richtung drehen. Du kannst ab sofort YouTube direkt auf deine Apple Watch gucken. Einfach das Video anklicken und danach wird es abgespielt. Besonders auf der Apple Watch Ultra macht es Spaß, weil diese über ein schönes, großes Display verfügt. Außerdem kannst du das Video auch wieder pausieren oder sogar nach einem bestimmten YouTube-Kanal suchen. Übrigens, ich würde mich freuen, wenn du jetzt meinen YouTube-Kanal abonnierst. Damit du YouTube auf deiner Apple Watch gucken kannst, musst du vorher nur einmal in den App Store gehen und die kostenlose App WatchTube herunterladen und danach öffnen. Die meisten von euch wissen bereits, dass man am iPhone in den Einstellungen unter Bedienungshilfen die Apple Watch-Synchronisierung auswählen kann. Und wenn man diese aktiviert, dann verbindet sich das iPhone mit der Apple Watch und du kannst am iPhone deine Apple Watch steuern. Außerdem kannst du auch zum Beispiel die Einstellungen anklicken und bestimmte Einstellungen vornehmen. Aber hast du gewusst, dass es auch andersrum funktioniert und du dein iPhone mit der Apple Watch steuern kannst? Dafür musst du in die Apple Watch-Einstellungen gehen und die Bedienungshilfen anklicken. Hier musst du ein ordentliches Stück nach unten scrollen und wenn du den Punkt Geräte in der Nähe steuern gefunden hast, dann musst du dies einmal anklicken. Dort wählst du einmal dein iPhone aus. Jetzt öffnet sich dieses Menü und du kannst zum Beispiel das Kontrollzentrum öffnen oder den Home-Bildschirm vom iPhone zurück wechseln. Außerdem kannst du auf die drei Punkte klicken für noch mehr Auswahlmöglichkeiten. Hier können wir beispielhaft Siri starten. Darüber hinaus kannst du die Lautstärke auch über die Apple Watch für dein iPhone anpassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du meinen achten Apple Watch-Tipp noch nicht kennst. Dafür halten wir die Seitentaste gedrückt und drücken oben auf den Aus-Knopf. Jetzt musst du nochmal den Regler nach rechts schieben. Danach wird deine Apple Watch ausgeschaltet. Du denkst dir bestimmt, das weiß doch jeder. Aber wusstest du, dass deine Apple Watch auch im ausgeschalteten Zustand noch die Uhrzeit anzeigt, indem du einfach auf die Krone drückst. Das ist besonders hilfreich, wenn du nur noch wenig Akku hast. 90% der Apple Watch Nutzer machen den Fehler und gehen in die Einstellung auf Anzeige und Helligkeit, um dort die Textgröße der Apple Watch mit der digitalen Krone einzustellen. Aber das geht viel schneller und einfacher, indem du das Kontrollzentrum öffnest und dann bis fast nach unten scrollst. Dort klickst du auf die zwei Buchstaben mit dem kleinen und großen A. Hier kannst du dann die Textgröße wieder mit der digitalen Krone einstellen, damit du zukünftig die Schrift auf der Apple Watch besser lesen kannst. Übrigens, die meisten Apple Watch Nutzer tragen ihre Apple Watch falsch. Stört dich nicht auch die digitale Krone beim Knicken deines Handgelenks? Dann solltest du sofort in die allgemeinen Einstellungen gehen und auf Ausrichtung klicken. Hier musst du einmal ganz nach unten scrollen und nun anstatt rechts links auswählen. Das Apple Watch Display dreht sich dadurch um 180 Grad und du kannst die Apple Watch anschließend andersherum tragen, sodass sich die digitale Krone und die Seitentaste jetzt links befinden. Die Seite zum Handgelenk ist schön glatt und stört nicht mehr beim Knicken des Handgelenks. Kommen wir zum 11. Apple Watch Trick. Wir haben die Hälfte schon geschafft. Startest du immer noch Siri, indem du die digitale Krone gedrückt hältst? Das geht aber noch einfacher. Du kannst nämlich einfach die Apple Watch zum Gesicht halten und dann einfach sagen, wie wird das Wetter. Danach startet automatisch Siri. Wusstest du, dass jede Apple Watch über eine Trinkgeldfunktion beim Rechner verfügt? Dafür musst du es hier aktivieren und anschließend gehen wir zurück zur App-Übersicht. Nun klicken wir auf die Rechner-App. Dort kannst du dann den Rechnungsbetrag eintippen, zum Beispiel 48 Euro. Du klickst auf das Euro-Prozent-Zeichen. Hier wird dir 10% Trinkgeld ausgerechnet und in der Zeile darunter kannst du die Rechnung mit mehreren Personen aufteilen. Wir teilen die Rechnung auf drei Personen. Danach siehst du ganz unten den gesamten Betrag und den Betrag pro Person. Jeder weiß, dass man mit zwei Fingern gleichzeitig auf die Apple Watch gedrückt halten muss, um sich die Uhrzeit vorlesen zu lassen. Aber du kannst darüber hinaus in den Ureinstellungen bis zum Punkt Zeitanzeige scrollen. Immer sprechen muss aktiviert sein für die Zeitansage. Wenn wir diesen Punkt aktivieren, dann kannst du nach unten scrollen und Taptische Zeit anklicken. Du kannst jetzt zum Beispiel More the Code auswählen. Nun solltest du nochmal mit zwei Fingern auf die Uhr gedrückt halten. Die Uhrzeit wird dir jetzt durch Vibrationen am Handgelenk mitgeteilt. Der 14. Apple Watch Tipp spart dir täglich viel Zeit. Du kannst das Kontrollzentrum öffnen und auf WLAN gedrückt halten. Danach öffnen sich die WLAN-Einstellungen, ohne dass du den Umweg über die App-Übersicht gehen musst. Mit dem 15. Apple Watch Trick kannst du dein iPhone suchen. Es gibt dann einen lauten Ton von sich und wenn du die Taste gedrückt hältst, dann blinkt dein iPhone zusätzlich mit der Taschenlampe. Es ist mit iOS 17 aber auch möglich, deine Apple Watch zu suchen. Dafür musst du in die Einstellungen gehen und auf Kontrollzentrum klicken. Wir müssen nun bis ganz nach unten scrollen. Dort klicken wir auf das Plus neben Meine Apple Watch anpingen. Jetzt verlassen wir die Einstellungen und wischen von oben nach unten. Im Kontrollzentrum klickst du auf das Apple Watch Symbol. Deine Apple Watch gibt sofort einen lauten Ton von sich. Du kannst bei deiner Apple Watch die Aktivitäten öffnen und mit einmal Krone drücken zurück in die App-Übersicht wechseln. Dann öffnen wir die Aufmerksamkeits-App und durch ein doppeltes Drücken der Krone wechselst du direkt zurück in die zuletzt geöffnete App, also die Aktivitäten-App. Der 17. Apple Watch Trick ist besonders cool. Aktiviere dafür Assistive Touch und anschließend gehen wir zurück in die App-Übersicht. Ab sofort kannst du deine Apple Watch mit Gesten steuern. Mit einmal Finger zusammentippen wechselst du dann zum nächsten Element. Durch zweimal Finger zusammentippen kannst du zum vorherigen Element wechseln. Um ein Element anzuklicken, musst du nur deine Faust ballen. Du wirst wahrscheinlich schon mal die Kamera-App an der Apple Watch genutzt haben, um ein Foto mit deinem iPhone zu machen. Wenn du aber die digitale Krone im Uhrzeigersinn drehst, dann zoomst du bei der Kamera rein. Mit einem Klick auf den Auslöser startet ein 3-Sekunden-Countdown und dein iPhone macht ein Foto. Das Foto kannst du danach öffnen und anschauen. Mit dem 19. Apple Watch Tipp wirst du nie wieder zu spät zu einer Verabredung kommen. Klicke dafür auf die Ureinstellung. Danach musst du dies einmal antippen und nun kannst du mithilfe der digitalen Krone die angezeigte Zeit auf dem Zifferblatt um 10 Minuten vorstellen und einmal mit dem grünen Haken bestätigen. Im Menü bleibt die Uhrzeit korrekt dargestellt. Auf deinem Zifferblatt allerdings wird die angepasste Uhrzeit angezeigt. Danach bist du immer pünktlich bei deinem Termin. An deiner Apple Watch ist es auch möglich Screenshots zu machen. Dafür musst du auf Allgemein klicken und nach unten scrollen bis zum Punkt Bildschirmfotos. Danach einmal Bildschirmfotos anklicken. Anschließend aktivieren wir die Bildschirmfotofunktion. Wir gehen zurück ins Apple Watch Zifferblatt, drücken jetzt die Seitentaste und Krone gleichzeitig um einen Screenshot an deiner Apple Watch zu machen. Um deine Ohren vor zu lautem Lärm zu schützen, kannst du in die Geräusche Einstellung am iPhone wechseln. Dort musst du dann die Lärmgrenze anklicken. Nun kannst du die Grenze individuell anpassen, zum Beispiel auf 80 oder auf 100 Dezibel. Wir bleiben aber mal bei 90 und klicken auf unser Apple Watch dann die Geräusche App an. Es wird dir jetzt sofort angezeigt, wie laut deine Umgebung und ob alles im grünen Bereich für deine Ohren ist. Du hast es geschafft bis zum 22. Apple Watch Trick dran zu bleiben. Und hier ist mein letzter und bester Apple Watch Tipp. Wenn für deine Apple Watch ein neues Update zur Verfügung steht, dann darfst du nicht direkt auf Laden und Installieren klicken. Vorher musst du unbedingt an deinem iPhone Bluetooth deaktivieren. Anschließend klickst du dann auf Laden und Installieren. Jetzt wird das Update deutlich schneller heruntergeladen und installiert als mit eingeschalteten Bluetooth. Sei ehrlich, wie viele Apple Watch Tipps und Tricks davon kanntest du bereits? Schreib es in die Kommentare und lass gerne ein Like da. Abonniere meinen YouTube Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nie wieder ein Video von mir verpasst. Außerdem habe ich dir links und rechts zwei weitere Apple Watch Videos verlinkt, die du dir unbedingt anschauen solltest.